Die Wirefy-Krimzange Die Wirefy-Krimzange ist mit einem Ratschenmechanismus ausgestattet, der für ein festes und gleichmäßiges Krimpen sorgt. Dieses Werkzeug ist sowohl für professionelle Elektriker als auch Heimwerker geeignet und bietet eine hohe Verarbeitungsqualität. Es ist speziell darauf ausgelegt, isolierte Nylon-Endstücke problemlos zu verarbeiten. Durch die Betätigung des Griffes wird ein automatischer Auslöser aktiviert, der für eine konstante und gleichbleibende Krimp-Qualität sorgt. Die Zange verfügt über ein einstellbares Kompressionsrad, mit dem die Krimp-Kraft individuell angepasst werden kann. Über die Plus- und Minus-Indikatoren lässt sich die Presskraft je nach Bedarf verringern oder erhöhen. Die Pressbacken sind mit einer doppelten Einkerbung ausgestattet, die speziell für isolierte Steckverbindungen entwickelt wurde. Laut Hersteller gibt es an den Pressbacken keine scharfen Kanten, die die Nylon-Isolierung beschädigen könnten. Zudem ist die Zange mit einem Griff-Lösehebel unterhalb des Griffes ausgestattet, der das Werkzeug nach dem Krimpen wieder öffnet. Noch nicht überzeugt? Dann schau dir gerne noch dieses Video an.